Herzlich willkommen zur letzten Folge des Angezockt, wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass ich das Spiel auch irgendwann explain werde, vielleicht auch gleich, aber ich habe eigentlich noch viel so anderes zu tun. Egal, zu Torment Tides of Numenera. Winzig leuchtende Staubpartikel schweben durch das Innere des Turms. Jedes ist umrandet mit noch viel kleineren Staubpartikeln wie tausende Welten, die ihre Sonne umkommt. Okay, wir sind noch in dieser Wiese-Resonanzkammer, die kaputt gegangen ist, blöderweise, als der Kummer kam. Vor dir siehst du einen schwarzen, unscheinbaren Apparat. Als du danach greifst, beginnt das Lichterdreieck auf seiner Hülle plötzlich hell zu leuchten und ein Bild erscheint vor deinem geistigen Auge. Ein gewaltiger Kristallbogen erhebt sich über seine zerklüfteten, grauen Landschaft. Die Luft ist schal und stickig und dort an seinem smartgrünen höchsten Punkt befehlt mir, sagt der Apparat, oder besser gesagt, die im Innewohnen der Intelligenz. Aus jedem einzelnen Wort trieft Verachtung für dich. Was für einen Bogen hast du mir gezeigt? Was für einen Bogen? Wer bist du? Ja, das wäre schon mal interessant. Befehl wurde nicht erkannt, sagt die Intelligenz. Sie klingt zufrieden, als hätte sie die Frage genau verstanden, will sie jedoch nicht beantworten. Was für einen Bogen hast du mir gezeigt? Welche Befehle erkennst du? Vielleicht sollten wir das erst mal fragen, dann kommen wir vielleicht ein bisschen weiter. Die drei Lichter pulsieren gereizt. Warme Luft strömt aus den Öffnungen des Apparats und dann eine lange Liste von Befehlen rattert durch dein Bewusstsein. Viel zu schnell, um sie zu lesen. Du stöhnst, reibst dir die Augen, die Intelligenz gluckst. Hallo, GLaDOS. Befehlt mir, sagt sie selbst zufrieden. Zeig mir doch bitte nochmal die Liste. Ich will es lesen. Und zwar langsamer. Oh, da haben sie mal was vergessen zu übersetzen. Wenn noch irgendwas anderes passiert als das letzte Mal, rast sie nur noch schneller durch als das letzte Mal, als du sie gesehen hast. Befehlt mir, sagt die Intelligenz, langgezogen. Das ist ja mal eine tolle KI. Das könnte auch Windows sein. Was für einen Bogen hast du mir gezeigt? Ich habe keine Ahnung, was du mit Bogen meinst. Befehl wurde nicht erkannt, sagt die Intelligenz. Sie kichert und ihre Lichter pulsieren. Zerschlagen, so fest wie möglich gegen das Gerät treten. Das ist immer die beste Methode, um einen zickigen Computer zu reparieren. Aber ich untersuche doch lieber mal das Äußere des Apparats, denn vielleicht können wir das auch noch feinfühliger erledigen, das Problem. Die Motoren der Intelligenz brummen aufgebracht, als du ihr uraltes Gehäuse genauer ansiehst. Du siehst nichts Außergewöhnliches. Du machst deinen Schritt zurück und das Brummen verstummt. Verfluchte Mistkiste. Verfluchte Mistkiste. Und schreiend stürzt sich unser Kamerad gerade auf die Maschine. Die Lichter der Intelligenz blinken panisch, bevor der mit dem Apparat einen festen Tritt versetzt. Etwas im Apparat macht er. Klack. Zellensperre beschädigt, stöhnt die Intelligenz. Das Lichtertreieck scheint dich mit blendender Intensität an. Alle Gefangenen verloren, schließe Logum wo. Neben der von deinem Fuß produzierten Delle öffnet sich eine Luke und die Lichter erlöschen, als du ein Teil aus dem rauchenden Innern des Apparats fischst. Wir haben die Sichtschäbe gekriegt. Willst du jede einzelne Maschine hier drin zerlegen? Meint Ali gern. Ja, Entschuldigung, aber es hat doch funktioniert. Vorerst. Das Ding war ziemlich widerspenstig. Die flexiblen Tuben, die an dieser Maschine befestigt sind, scheinen erst später hinzugefügt zu sein. Jemand hat das Gerät zusammengeflickt. Seine Funktion ist aber unklar. Gut, dann sehe ich jetzt momentan nicht mehr wirklich, was wir sonst noch machen können. Ich glaube, das hatte ich schon angeklickt. Ah. Ein Sonnenstrahl fällt durch das Loch im Dach auf die kaputte Resonanzkammer. Kaum zu glauben, dass du durch den blauen Himmel auf die Kuppel gefallen und diese feine Maschine mit den Gewichten des Körpers so zerstört hast. Kaum zu glauben, dass du noch am Leben. Über dem zersprungenen, halbtransparenten Kristall des Sarkophags in der Mitte des Apparats hängen vier mechanische Arme. Der fünfte Arm liegt zerbrochen zwischen den Sünften und Kristallscherben am Boden. Das alles ist von einem durch einen Einschlagkrater verbogenen und beschädigten Metallring umgeben. Ich glaube, wir hatten das alles schon mal, ne? Die Untersuchung ist trotzdem mal die Scherben am Boden. Scharfkantige Kristallstücke liegen zwischen dem Sünften und der zerbrochenen Kuppel. Die Kristallscherben glitzern im Licht wie kleine Sonnen. Du hörst ein leises Kratzen. Es scheint von zwei Kristallstücken zu deinen Füßen zu kommen. Du siehst zu, wie sie langsam miteinander verschmelzen. Fast wie Wasser. Gleich darauf trennen sie sich wieder, ziehen glitzernde Fäden lebenden Kristalls hinter sich her. Es scheint, dass die Resonanzkammer tatsächlich gewisse Selbstheilungskräfte besitzt. Allerdings nicht genug für den Schaden, den du angerichtet hast. Schauen wir uns mal den Sarkophagten hier an. Das gepolsterte Innere des Sarges sieht aus, als wäre es für einen menschlichen Körper gemacht. Oh, sogar gepolstert, vielleicht Luxus. Obwohl er beschädigt ist, siehst du keine Möglichkeit, ihn zu öffnen. Dein Blick wandert vom Sarkophag zu den Nadelenden der Arme über dir. Diese Kammer zu benutzen, war vermutlich keine angenehme Erfahrung. Aber immerhin war sie gepolstert. Das ist doch schon mal positiv. Wir nehmen mal einen der Kristallsplitter mit. Am Rande des Einschlagkraters findest du einen Kristallsplitter. Er ist am einen Ende scharf wie ein Dolch und am anderen glatt und könnte eine brauchbare, wenn auch primitive, Waffe abgeben. Ach, wir haben unsere Hände das Recht als Waffe. Ja, aber vielleicht finden wir noch ein paar weitere Splitter. Du siehst die restlichen Kristallstücke durch, aber sie sind entweder zu klein oder zu unhandlich, um nützlich zu sein. Die hängenden Arme untersuchen, natürlich. Kabel führen von Maschinen an den Wänden der Kuppel zum Sockel der hängenden Arme, die in lang auf die zersprungene, saggleiche Kammer in der Mitte der Plattform gerichteten Nadeln enden. An den Sockeln der Arme leuchten schwach edelsteinartige Lichter. Na ja, dann schauen wir uns noch einen Metallring an, viel mehr können wir nicht mehr machen. Immer, wenn du den Ring betrittst, fühlst du einen Hauch von Widerstand. Jetzt, wo du darauf achtest, hörst du das Echo deines Atems in deinen Ohren, als stündest du im Innern einer Glaskuppel. Das Gefühl verschwindet, sobald du den Ring verlässt. Hier scheint eine Art Energiefeld oder so zu sein, das offensichtlich vielleicht ein Schutzschild oder sowas um diesen Ring aufbaut. Deswegen spüren wir vielleicht einen Widerstand. Okay, viel mehr können wir, glaube ich, hier nicht machen. Ah, Tabulator war das. Zerbrochene Stücke des Kuppeldaches liegen auf dem Boden verteilt. Sie scheinen aus durchsichtigen Sünden hergestellt zu sein. Oh, hier kann man noch was plündern. Sehr schön, die Hotspots sich anzeigen zu lassen. Das war früher unangenehm, ging aber, glaube ich, sogar schon in Baldur's Gate 1 mit einer bestimmten Taste. Aber Hotspots zu suchen, fand ich mal grauen. Dominantige Zeiten hindern dich nicht daran, jeden beliebigen Weg einzuschlagen oder alle Optionen am Gespräch zu verwenden. Doch sie können auf subtile Weise beeinflussen wie andere auch. Also scheint das tatsächlich dasselbe System zu sein wie im Project Reality. Pillars of Eternity. Was ich prinzipiell ziemlich cool fand. Dieses System, dass wirklich selbst kleine, schon Begrüßungen teilweise, Einfluss auf deinen Ruf bei bestimmten Fraktionen haben konnten. Fand ich ziemlich cool damals in Planescape Torment. Pillars of Eternity. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Lachen diese Kristalle? Geil ist das. Oh, hört mal die Musik an. Schönes Klavier. Ich mache, glaube ich, mal ein bisschen die Musik lauter. Weil die ist, finde ich, immer schön, wenn die richtig gut ist in so einem Spiel, finde ich, trägt gute Musik viel zu einer tollen Atmosphäre und eines Rollenspiels bei. Und die Detailliertheit von diesen Flächen hier. Also wenn man näher ran zoomen, sieht man, dass es natürlich schon ein bisschen verschwommen ist. Aber ich finde das schon schön gemacht hier. Krass. Schönes, schönes Spiel. Das Wasser ist klar, fast nicht mehr naturgemäß, sodass du so weit, äh, du sehen kannst, Ruinen über Ruinen sichtbar sind. Vermutlich die Überreste der vorherigen Zivilisation. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es abgefahren. Wir haben hier einen abgefahrenen Würfel. Wir haben Energiefelder. Wir haben, was ist das, eine Kabine? Aber ich glaube, ich rede jetzt erst mal mit diesen Diamanten, Quallen, Kristallen. Die haben ja auch Schriftzeichen. Die lachen wie Kinder. Und sie tanzen umeinander. Das ist cool. Zwei schwebende Kegel wirbeln und drehen sich wie verrückt umeinander. Kichern wie Kinder, die man kitzelt. Die Luft um sie herum riecht nach süßem, verbrannten Laub. Was seid ihr? Das ist die erste Frage. Schnelle Finger, einen Kegel berühren, wenn er vorbeikommt. Beobachten, ob es ein Muster gibt. Ich beobachte erst mal. Immer erst mal beobachten, bevor man sich einmischt. Je länger du diese Artefakte anstarrst, desto überzeugter bist du, dass sie sich schneller drehen, wenn ihre Pfade sich kreuzen. Sie scheinen schwach leuchtende Linien nach sich zu ziehen, die sich miteinander verflechten. Wie ein Seil, das an einem unsichtbaren Punkt jenseits dieser Zeit und dieses Ortes festgemacht hat. Man fasst keine fremden Kreaturen, einfach... Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Hier, sind das Felsen, die nach oben fliegen? Ja. Goodbye, Gravity. Was ist das dann? Hier, ein Tropfen. Der verwandelt sich dann zu einem Stein und... Gleich hebt er ab. Das ist mal vollkommen abgehoben. Was seid ihr? Auch wenn das eine ziemlich persönliche und irgendwie nicht gerade sehr nette Frage ist, aber ich stelle sie mal. Die Kegel setzen ihren wirbelnden, fröhlichen Tanz fort. Nichts deutet darauf hin, dass sie dich überhaupt gehört haben. Ich frage einfach mal weiter, vielleicht ignorieren sie uns irgendwann nicht mehr. Die Kegel reagieren auf deine Frage mit einer Millisekunde Stille. Gefolgt von unkontrollierten Kicher. Sie sind für überhaupt nichts da. Sie stammen aus einer früheren Welt. Ali Gern streicht sich mit der Hand über seine Bartstoppe. Gelegentlich machen die Numenera etwas Nützliches. Manchmal drehen sie dich auf links und hin und wieder tun sie einfach gar nichts, das auch nur irgendeinen Sinn ergibt. Das sind also Numenera schon. Also wie man sieht, diese Welt ist schon sehr abgefahren und abseits von jeglichen anderen Klischees, die ich bis jetzt gesehen habe, es kommt sicherlich noch irgendwas dazu, was man schon irgendwo mal gesehen hat und so weiter. Aber mir gefällt das. Hebt sich sehr stark von den üblichen Rollenspielen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, nochmal mit den Kegeln zu sprechen, aber ich versuche sie einfach mal zu berühren. 90%ige Wahrscheinlichkeit? Ja, dann probieren wir es doch. Sollte ja klappen, ne? Statistik und so. Erfolg! Es gelingt dir, einen der Kegel mit der Fingerspitze zu berühren. Rohren, sagt eine Stimme und deine Augen sind nicht mehr deine. Über dir hängt ein unbekannter Mond. Pech schwarz in einem blendend weißen Himmel. Dicke, flache Asteroiden umkreisen ihn wie Blüten im Wind. Tentakel betasten neugierig deine Knöchel und der heiße Wind riecht nach verbranntem Haar und Kummer. Du siehst wieder durch deine eigenen Augen. Die Kegel schweben eine Sekunde lang reglos in der Luft, bis vor sie wieder ihren vergnügten Tanz beginnen. Dann lassen wir die Kegel doch mal in Ruhe, damit sie herumkegeln können. Okay, wir haben hier Gravitation, die offensichtlich nicht so funktioniert, wie sie sollte. Wir haben tanzende, kichernde Kegel. Jede Menge Ruinen im Wasser. Und noch mehr Hotspots. Gott, dann würde ich wirklich viele Hotspots übersehen, wenn ich die Funktion nicht hätte. Ein wirres Knäuel metallischer Ranken wächst aus den Tiefen des nahen Wassers. Seltsamerweise erinnern sie an fremdartige Hände. Klauen mit sieben oder acht Fingern. Nein, nicht immer alles gleich kaputt machen. Wir untersuchen es. Du versuchst, an der nächsten Hand vorbeizusehen und bemerkst, dass sie sich mit dir mitbewegt, wie im Wind. Es geht jedoch gar kein Wind. Du deutest rechts an und beugst dich dann nach links und siehst gerade noch, was die Hand vor dir verbergen wollte. Einige der unteren Hände. Dein kleines silbernes Objekt, eine Samenhülse, eine andere weiter. Wir versuchen mal schnell zu sein. 80 Prozent. 80 Prozent. 80 Prozent. Also keinen großen Unterschied, wie wir da nehmen. Nicht das aber auf. Ich will trotzdem nichts ausgeben. Ich probiere es so mal. Tutorial. Hallo, es geht noch weiter. Cypher. Du hast deinen ersten Cypher gefunden. Cypher sind numenäre Objekte, die deine mächtige Wirkung auslösen können, bevor sie in Stücke zerfallen. Du kannst ohne Nebenwirkungen nur eine bestimmte Anzahl an Cypher auf einmal pro Charakter tragen. Oder du erleitest schwere Symptome der Chiffritis. Wie geil ist das denn? Ich kriege also eine Krankheit, was auch meine Chiffritis genau ist. Wenn ich zu viele Cypher dabei habe, die Cypher scheinen so eine Art Zaubersprungrollen zu sein. Was ich ziemlich cool finde. Ja, dann mal weiter. Scheint, als hättest du einen Feind gewonnen. Gratuliere, gratuliere, Liebes. Ich gehe einfach mal weg. Ein Feind? Wieso? Ich glaube, wahrscheinlich mochten die es nicht, dass wir ihnen gerade die Cypher weggenommen haben. Hallo Inventar. Da wollte ich nämlich gerade mal reinschauen. Im Inventar kannst du Gegenstände anzeigen, ausrüsten und verteilen. Es gibt hier verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist Ausrüstung. Er enthält alle Gegenstände, die der aktuelle Charakter ausgerüstet hat. Zur Ausrüstung gehören Nah- und Fernkampfwaffen. Schilde, Rüstung, Schmuckgegenstände wie Ringe oder Amulette. Sowie gebundene Gegenstände. Der Rucksack enthält die Gegenstände, die der aktuelle Charakter bei sich trägt. Du kannst sie ausrüsten, untersuchen oder weitergeben. Quest-Gegenstände sind Gegenstände, die für Quests benötigt werden. Sie können nicht abgelegt oder verkauft werden. Du musst dir also keine Gedanken darüber machen, dass dir ein Quest-Gegenstand abhanden kommen könnte. Wuhu, Luxus! Der letzte Bereich zeigt die Cypher, die du bei dir trägst und dein Cypher-Liffel. Die blauen Cypher in deinen inneren Ringen können problemlos getragen werden. Die orangenen Cypher im äußeren Ring übersteigen dein Cypher-Limit und wirken sich negativ aus. Solange du sie trägst. Du kannst sie benutzen, verkaufen, ablegen oder einem Begleiter übergeben, um wieder unter deinem Cypher-Limit zu kommen. Okay, das hier ist unser Cypher-Limit. Wir können jetzt drei tragen. Das ist unser Rucksack. Ich hoffe, der wird noch größer, weil das ist bis jetzt ziemlich klein. Kleiner als ein Ballus-Geld. Wir können unseren Charakter schwindelig machen. Wir haben bis jetzt nur den Willen gewebtes Kleidungsstück. Er hat drei Widerstand und ist nur verwendbar von uns. Als einzige Waffe haben wir bis jetzt die kristalline Scherbe. Rinnrausch heilt drei Punkte. Sichtscherbe ist eine Kuriosität. Die Glasscherbe zeigt das Bild von drei merkwürdig Gekleideten. Tindern auf einem Feld. Eine Sequenz, in der sie ein einfaches Ballspiel spielen, wird wiederholt. Nach wiederholten Sichtungen bemerkst du ein kleines Kind, das weiter weg auf dem Feld steht. Dieses vierte Kind schaut dich direkt an. Seine großen Augen sind voller Furcht. Nein, ich will den Gegenstand nicht fallen lassen. Muss C, ESC drücken, lass gehen. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich bin am Anfang etwas überfordert und verwirrt mit diesem Inventar. Okay, hier haben wir unsere anderen Charaktere. Status Effekte positiv, negativ. Status haben wir nichts. Hier steht unsere Rüstung, Widerstand, Ausweichung und Willenskraft erhöht deine Chance, die Effekte von Esoterieangriffen abzuschütteln. Ausweichen erhöht deine Chance, Waffenvergriffen auszuweichen. Und Rüstung ist natürlich physikalischer Schaden und Widerstand. Chemisch, Mental, Energie, Transdimensionalen Schaden. Und das ist alles soweit bekannt mit den Resistenzen. Das ist Rollenspielstandard. Hier ist unser Erfahrungsbalken. Wir haben 44 Erfahrungen und brauchen 180, um aufzusteigen. Das dauert eine ganze Weile in dem Spiel, wenn ich das so richtig sehe. Wir haben gerade zwei Erfahrungspunkte oder so bekommen für diese paar Aktionen, die wir gemacht haben. Gesundheit ist 20 und hier unsere Aufwandspunkte. Ich frage mich, wie ich die wieder auffüllen kann. Das würde mich interessieren. Vorteil symbolisiert ein eingeborenes Talent für einen bestimmten Wert. Jeder Vorteilspunkt reduziert die Kosten für das Aktivieren einer Fähigkeit, beziehungsweise das Einsetzen von Anstrengungen um einen Punkt. Dies kann so führen, dass gewisse Fähigkeiten, beziehungsweise Anstrengungstufen ohne Kosten eingesetzt werden können. Was natürlich cool ist. Derzeit kann ich maximalen Aufwand, also Challenge 2, machen. Hier ist der Charakterbuch. Das sieht sehr grau aus. Das Menü hat ein bisschen Science-Fiction-mäßig getrimmt. Ich finde es jetzt aber nicht ultra-unübersichtlich und auch nicht ultra-übersichtlich. Ich finde es eher so mittelmäßig, das hier. Das ist okay. Nicht wirklich was, was so besonders ist. Auch nicht was schlecht ist. Vom Design her, ich denke, es passt erst mal zum Spiel. Es ist halt kein Fantasy. Das Spiel ist ja auch kein Fantasy. Ist das der Monolith aus 2001? Nur mit grüner Neolichtern reingewebt? Wir hatten ja doch noch mehr. Genau, hier. Flindern. Flindern. Har, har, shin. Flink Fußmoos. Und bereinigte Kraft. Was auch immer das alles bringt. Ich nehme es mal mit. Und jetzt will ich wissen. Sag mal, Alligern und Kalis-Tege. Hatte schon immer mal wissen wollen, was passiert, wenn wir einen Monolith anfassen? Über dem Wasser schwebt ein mattschwarzer Obelisk. Seine scharfen, gewölbten Kanten laufen in einer Spitze zusammen, die in der schwachen Brise des Tages mal mehr und mal weniger hell leuchtet. Ich muss kurz vorlehnen, um den Obelisk zu berühren. Ich wusste, dass ich ihn berühren kann. Du streckst die Hand zum Obelisken. Aus dem Inneren des schwarzen Steins walt trübes, grünes Licht, das sich wie ein wütendes Auge fixiert. Kannte mal einen, der hat getan, was du vorhast, bemerkt Alligern beiläufig. Ein Aeon-Priester. Ein Strahl kam von der Spitze dieses Dings und brannte ihm das Gesicht weg. Aber seine Kristallkette gibt seit Jahr ein ganz gutes Nachtlicht ab. Aber hey, du wirst schon wissen, was du tust. Kalistege meint nach nur so Kopfschütteln so, ach sei still, der arme Priester starb wenigstens beim Versuch, seine Neugier zu befriedigen und irrte nicht ewig in Selbstmitleid versunken die Küste entlang. Tu, was du tun musst, sagt sie zu dir, unbeirrt vom tödlichen Blick, den ihr Alligern zuwirft. Aber sei vorsichtig. Also wenn wir uns verbrutzeln, wenn wir das Ding so normalerweise berühren, denke ich mal, wir berühren das erstmal nicht mit der Hand, sondern nehmen die Kristallscherbe. Das hört sich nach einer besseren Idee an. Vorsichtig zieltst du mit der Scherbe auf den Obelisken. Ein superheißer Lichtstrahl schießt von seiner Spitze in den Kristall, der in deiner Hand vibriert und warm und grün leuchtet. Ja, mit Animation. Das ist voll brach. Das ist schon cool. Ja, ich hab grad irgendwie dem Problem, dass ich nicht nach links scrollen kann. So richtig? Ah, jetzt geht's. Weil ich links noch meinen zweiten Monitor habe. Oder ist das Loch? Durch dieses gezackte Loch bist du durch die Kuppel gestürzt. Das ist keine sehr große Kuppel, die Resonanzkammer. Haben wir noch weiteres, was wir uns anschauen können? Die Ruinen haben wir uns schon angeschaut. Oh mein Gott. Ich brauch ja stundenlang nur für den Teil der Karte. Eine blubbernde Schicht Schlamm schwimmt auf der Wasseroberfläche. Ab und zu trennt sich ein öliges Knöllchen vom Rest und hebt in den Himmel ab. Du siehst für einen Moment ein mit Schmutz bedecktes Objekt in der übel riechenden Masse. Natürlich untersuchen wir erstmal wieder einen Schlamm, bevor wir irgendwas anderes machen, als irgendwie unseren Finger reinzustecken. Du lehnst dich vorsichtig näher an die wogende Masse heran. Schnell stellst du fest, dass die in den Himmel schwebenden Knöllchen immer stets etwas enthalten. Sei es sauberes Meerwasser oder ein winziges Fischschleim. Ganz weit unten siehst du großes dunkles Becken voller Schlamm. Das ist Schlamm, was da oben hochkommt. Okay. Und die enthalten immer etwas. Die transportieren also scheinbar etwas. Und irgendwas ploppt hier raus. Geht immer kaputt. Okay. Ja, das knallt gegen die Energiebarriere. Ja, dann probieren wir doch mal was rauszuziehen. 60 und 70. Ja, probieren wir es. Gehen wir mal auf 95% hoch und riskieren es einfach. Als die Sonne das nächste Mal auf die schmutzige Oberfläche des Objekts scheint, bist du bereit. Du siehst das Objekt aus der öligen Masse und reinigst es so gut ist. Kalistege, ich bin nicht sicher, ob dieser schreckliche Schlamm wirklich harmlos ist. Oder du nur unglaubliches Glück hast. Aber greif nur noch weiter nach allem, was du siehst, Liebes. Das ist ja so, Ami-San. Nein, du siehst keine weiteren geheimnisvollen Objekte in der blubbernden Masse. Aber warten wir doch mal. Vielleicht kommt noch eins vorbei. Die Minuten verstreichen, während du geduldig neben dem Schlamm aushatst. Nichts passiert. Warten wir weiter. Du siehst nichts außer Schlamm und noch mehr Schlamm. Warten wir weiter. Endlich wird deine Geduld belohnt. Ein ungewöhnliches Objekt wird gurgelnd an die Oberfläche gespült. Du schnappst es dir, bevor es wieder versinken kann. Du hast einen wahren, schmutzigen Schatz gefunden. Gut gemacht, Liebes. Ich glaube, das Liebes ist auch nicht so ganz übersetzt, richtig übersetzt. Ja, das langt es erstmal. Wir warten nicht mal. Objekte an die Oberfläche kommen. Aber wo fliegen die hin? Das ist gerade so meine Frage. Also das hier sieht schon alles sehr alt und kaputt auch ein bisschen aus teilweise. Nicht so wirklich, als wenn es taufrisch wäre. Okay, hier haben wir einen zitternden Würfel. Obwohl dieser Würfel in der Luft schwebt, spürst du, wie der Boden mit den Vibrationen zittert. Ein langes Kabel dehnt sich aus diesem Ausguss. Aber dort, wo es unter der Wasseroberfläche hängt, wurde es entzweig. Ein Kabel verbindet diesen Ausguss mit Sammlungsgerät. Die Düse sieht aus, als wäre sie einmal mit einer anderen Maschine verbunden. Okay. Also irgendwie ist hier alles ein bisschen kaputt. Wahrscheinlich haben wir alles kaputt gemacht, wie wir vom Himmel gefallen sind. Ich vermute mal, die sind ja beiden die gleichen Objekte. Und was haben wir hier noch? Yes. Können wir noch interagieren? Oh, nee, können wir gerade nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich darüber erfreut bin, dass diese Herren hier ankommen. Ich will ranzoomen. Crawl. Ihr steigt auf etwas, das die Rückseite des gewaltigen Bauwerks zu sein scheint. Da kommen vier Fremde auf euch zu. Ihr Anführer ist ein bratiger Mann mit zwei parallel von der Wange bis zur Schulter verlaufenden Narben. Links im Gesicht. Er begrüßt euch mit einem freundlichen Lächeln, während er von pulsierendem Licht durchzogene graue Handschuhe überstreift. Als er dich ansprechen will, bemerkt er Kallis Theke. Wir lesen mal wieder Gedanken. Er ist der Stern, oder er kam aus ihm heraus. Aber was hat Cal damit zu tun? Okay, die kennen sich also. Das ist schon mal gut zu wissen. Cal, ich dachte, du hättest dich vom Durchkämmen des Riffs losgesagt. Hast du was Leckeres gefunden? Er muss seit dich und Ellie gern. Die Antwort kommt so prompt. Kleinkram, Koro. Nichts, was dich interessieren würde. Glaub mir. Wo ploppt das eigentlich raus? Das stimmt. Ich denke ab. Sie spricht ruhig. Aber auch ist sie angespannt. Was hat er hier zu suchen? Er hat etwas in der Hinterhand. Das weiß ich. Okay, wir wissen also, es gibt irgendeinen Konflikt zwischen den beiden. Das ist schon mal schlecht. Wir könnten in eine Krise geraten. Ist ja nicht so, als gäbe es schon genug Krisen. Wollen wir sie gleich darauf ansprechen? Oder wollen wir uns um Koro kümmern? Oder einfach mal dreist fragen, ob wir nicht einfach unsere Ruhe haben und vorbeikommen? Wir könnten sie auch einfach machen lassen. Ich glaube, ich warte erst mal ab, was passiert. Ich lasse erst mal weiter reden. Seine Hand ballt sich zur Faust. Insbesondere frage ich mich, ob du zufällig eine Sternschnuppe gesehen hast, die hier vor kurzem niedergegangen ist. Ich habe nichts dergleichen gesehen, liebster Koro, sagt sie schmallippig. Deine Freunde vielleicht? Er wendet sich an dich. Ich kenne das meiste Gesindel, das dieser Tage das Riff ausplündert. Du bist für eine nette Abwechslung, mal ein neues Gesicht zu sehen. Okay, er spricht uns also an. Wir haben die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, ihn zu täuschen, ihn in ein dämliches Gespräch zu verwenden. Oder ihn einfach direkt zu drohen. Das ist, finde ich, die schlechteste Entscheidung momentan. Die Wahrheit. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die Wahrheit zu sagen. Wirklich nicht in dem Fall. Ich traue dem nicht. Der scheint irgendwie sehr zwielistig zu sein, dieser Koro. Wer heißt schon sonst Koro? Wenn er nicht zwielistig sein sollte. Das ist sehr gut. Dann drehen wir es wirklich aufs Maximum hoch. Dass wir auch Ja gewinnen. Das Spinnsystem ist wirklich ganz nett. Weil ich, wenn ich jetzt noch Werterpunkte raushaue, werde ich es nachher dafür für mich verfluchen, dass ich jetzt alle Punkte ausgegeben habe. Na schön, sagt er. Lasst uns wissen, wenn euch etwas Interessantes unterkommt. Ich würde ja gerne sagen, dass eine Belohnung für euch dabei drin ist. Aber wenn wir Geld hätten, wären wir nicht hier unten. Wenn er nicht die Wahrheit sagt, dann ist er ein fabelhafter Lügner. Schätze, ich lag falsch. Wir haben 25 EP bekommen. Das ist ja scheinbar recht viel in dem Spiel. Also Erfahrungspunkt. Gut gemacht, meint Elegant. Das wäre ein Fiasko geworden. Du weißt doch, warum die hier waren, nicht wahr? Ich wusste, dass ich Kelly's Tigger nicht trauen konnte. Das ist das letzte Mal, dass ich diesen Fehler begehe. Sie haben wahllos Passanten gefallen. Kelly's Tigger hat Ihnen von uns erzählt? Ich denke mal, das erste ist das Realistischste. Na klar. Und zufälligerweise schlugen sie genau dann zu, als wir losgingen. Nein, mein guter. Kelly's Tigger hat uns verkauft. Ihren Gedanken nach glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Wie bitte willst du etwa andeuten, dass ich etwas mit Koros' Plänen zu tun hätte? Aber ich kann seine rasante, rasende Paranoia keinen Moment länger ertragen. Willst du etwa andeuten, dass es nicht so ist? War wohl nur Zufall, dass dein alter Freud und seine Kumpel auf uns gewartet haben. Ausgerechnet, nachdem wir den größten Fund gemacht haben, den das Schrift seit Jahren gesehen hat, nie im Leben. Wenn ich die Gedanken von Kelly's Tigger aber so lese, glaube ich ihr tatsächlich. Also wirklich, von all deinen paranoiden Spinnereien. Du glaubst das wirklich, oder? Du glaubst wirklich, ich würde einen Trottel wie Kuro anheuern, um dir einen Dolch in den Rücken zu stoßen, anstatt dieses Vergnügen selbst zu genießen. Hey, bringt euch nicht gleich um, ihr wolltet mich noch irgendwo hinbringen. Siehst du, Junge, sie liebt es anderen, einen Dolch in den Rücken zu stoßen. Am liebsten, wenn sie schlafen. Ich glaube auch nicht, dass sie das momentan vorhat. Erwischt Kallis Tigger's Einwand beiseite, bevor sie ihn noch aussprechen kann. Spar dir deine Worte. Tatsache ist, ich vertraue dir nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich es je getan habe. Unsere gemeinsame Reise ist zu Ende. Ich habe genug Sorgen, auch ohne, dass ich 28 Stunden am Tag deinen Verrat fürchten muss. 28 Stunden? Das ist cool. Das ist ein cooles Detail. Unsere Erde dreht sich immer langsamer. Und wenn das in einer Milliarde Jahre in der Zukunft spielt, ist der Tag dementsprechend länger. Ich weiß nicht, ob das wirklich vier Stunden sind. Der eigentliche Tag ist auch irgendwas mit 23 Stunden, 59 Minuten, noch was lang. Aber das spielt keine Rolle. Das ist ein cooles Detail, dass sie auf sowas geachtet haben. Nett, lieb ich. Er wendet sich an dich. Kommst du mit, Kit? Alle gern. Paranoia kann einen nützen, aber hier bist du völlig falsch in der Sache. Ich habe ihre Gedanken gelesen. Ich weiß, wenn du solltest du eher gegen mir paranoid sein. Ich kann mir, also es sei denn, sie kann ihre Gedanken kontrollieren und mich damit manipulieren. Aber ich glaube das jetzt erstmal nicht. Ich glaube wirklich, dass das kein, dass das ein Zufall war. Er schnaubt verbittert. Du hast ja keine Ahnung, wozu sie fähig ist. Nicht die geringste. Sie ist ein verräterisches Skittstück. Ich sage ich dir. Du bist wirklich unausstehlich elegant. Schmeißt ihm Kallis Tegel in Worten an den Kopf. Du musst immer und überall das Schlechteste in einer Situation sehen. Weißt du überhaupt, wie lange ich deinen Schmerz schon ertrage? Wie oft ich mich schon von deinen selbstgerechten Blicken abwenden musste? Aber du hast recht. Mir reicht's. Sie weindet sich an dich. Ich begleite dich gerne, Kind. Aber ich tue keinen einzigen Schritt mehr mit diesem paranoiden alten Trottel. Wir können also nur einen von beiden nehmen, womit gerade schon mal jetzt der Wiederspielwert gestiegen ist. Ich wüsste zu gerne, wie es mit beiden Unterschieden abläuft, wie weit das so eine Auswirkung auf die Hauptstory hat. Cool. Ich hoffe wirklich, das hat auch Auswirkungen. Nicht, dass es am Ende doch wieder, wie in den meisten Spielen, darauf hinausläuft. Du hast zwar viele Entschuldigungsmöglichkeiten im Laufe des Spiels. Am Ende spielen diese aber alle keine Rolle. und man entscheidet sich für den blauen Knopf und den roten Knopf. Ich hoffe, dass es hier anders da ist. Ich denke aber tatsächlich, dass es anders da ist, weil es... Ich hoffe, es ist einfach. Endlich sind wir uns mal einig, knurrt er. Sie wird dir den Schädel runterreißen und dabei noch ins Gesicht spucken. Mit mir kommst du nicht nur an dein Ziel, sondern kannst nachts auch noch ruhig schlafen. Es ist deine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass sie das können. Ich glaube es wirklich nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal. Wobei ich fürchte, das wird nur in grauenhaften Chaos und ständigen Zickereien enden. Kallis Theke bricht einfach nur in lauthalsem Gelächter aus, als ich diese Worte ausspreche. Mein lieber Junge, wir raufen jeden Tag. Alligerns Launen, die Sturheit, mit der er offensichtliche Tatsachen ignoriert, all das macht mich verrückt. Er ist stark, aber er ist auch doof. Ne, 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 ne. Reise nur mit ihm. Sieh zu, wie lange du es aushältst. Nicht so lange wie ich. Wetten? Alligerns Gesicht verfinstert sich bei ihren Worten, doch erringt sich ein gequältes Lächeln ab. Als ob du mir einen Gefallen tust, indem du bei mir bleibst. Denkst du, ich würde bei all deinen Echos dein wahres Ich nicht erkennen? Das bist du, Kallis Theke. Jede Facette davon. Dein Herz ist kalt wie eh und je. Genauso, wie du es präsentierst. Ich dachte, ich könnte dir helfen, aber... Aber ich gehe mit Kallis Theke. Gehe ich wirklich mit Kallis Theke? Letzten Endes hat sich was mit diesem lustigen Quoro ja zu tun. Ich glaube zwar schon, dass es ein Zufall war, dass er hier war, aber... Ich weiß, ob sie mich später doch noch verkaufen wird. Auf der anderen Seite ist Alligern mir zu paranoid. Vielleicht wird er mich zu sehr beschützen wollen, zu sehr verhindern will, dass ich eine Lösung finde. Ich kenne beide nicht, wirklich. Das ist ein Problem. Alligern ist mir geradezu irrational. Ich gehe mit Kallis Theke. Ich weiß, dass sie in diesem Fall zumindest recht hatte. Aber ich kann mich halt auch täuschen. Ich kann vermissen. Nein, ich komme mit... Gehe mit Kallis Theke. Gut. Wenn du es dir anders überlegst und sie dich nicht in Einzelteile an die Meistbietenden verkauft hat, findest du mich in der Schattenseite. Aber komm ohne sie! Klar. Sie schickt dich nach Einzelteilen. Sobald sie... Vergiss es. Es ist seine Wahl. Sie schickt dich nach Einzelteilen. Okay. Nicht mein Problem. Ich erzähle dir dann, was du verpasst hast, Alligern. Ich bin sicher, wir werden dich keine Sekunde vermissen. Sie hängt ihren armen Besitzer greifend bei dir ein. Gehen wir. Okay. Wir haben eine Welt zu erobern. Ja, nicht unbedingt gerade gleich erobern. Soweit wollte ich noch gar nicht kommen. Eine Notlage. Nachdem du dich um Quoro und seine Schläger gekümmert hast, kannst du in die Stadt Sago Skippen gehen. Überquere dazu die Brücke im nördlichen Teil, nördlichen Ende der Plattform. So. Und damit bin ich auch leider schon an dem Ende des Angezocks angekommen. Mit dieser schweren Entscheidung. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Entscheidung wirklich die bessere war. Wir werden es wohl erfahren. Also ich werde es erfahren. Als nächstes Mal werde ich jetzt mal ein Fazit drehen. Ihr werdet es sicherlich schon gehört haben. Ich bin total euphorisch, was dieses Spiel angeht. Es gefällt mir in praktisch allen Belangen bis jetzt. Das Inventar ist jetzt noch nicht so übersichtlich. Übersichtlich. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das hätte absolut katastrophal sein können. Das Challenge-System finde ich ganz interessant. Auch wenn es jetzt im Regelsystem eines Pen & Papers nicht so Neues ist. Das sind im Grunde genommen nur angesagte Würfelwerte. Würfelproben. Die gab es auch schon in DSA 3. Das ist so das Älteste, was ich jetzt kenne. Ja, ansonsten, mir gefällt der Stil der Grafik, mir gefällt die Welt. Es sieht auch vom Stil, von der Grafik her aus sehr nach dem alten Planescape aus. Mit vielen abgefahrenen Kuppeln, Dingen, wo du nicht weißt, was es bedeutet, was es so genau ist. Du entdeckst in jeder Ecke was komplett Neues. Hier, ich könnte hier sicherlich noch eine Stunde verbringen, allein auf dieser Karte. Die Texte sind klasse geschrieben, wenn auch die Übersetzung nicht gut ist. Das ist der große Kritikpunkt bis jetzt. Über die Kämpfe kann ich leider noch nicht viel sagen, außer dass es nicht viele gibt. Okay, da soll ich Kommentare ab, wenn ich zu lange rumstehe. Aber die Kämpfe werden wohl auch keine große Rolle in diesem Spiel spielen. Und das ist der Punkt. Dieses Spiel unterscheidet sich also auch wieder grundlegend, genau wie sein geistiger Vorgänger, von den üblichen Konventionen eines Rollenspiels. Nicht nur, dass es vollkommen auf Oldschool getrimmt ist, soweit ich das bis jetzt sehen kann, was sicherlich schon vielen nicht gefallen wird. Auch die 2D-Grafik wird sicherlich vielen nicht gefallen. Ich hoffe, wenn ich sie echt schüpf finde, wenn wir hier so ranzoomen. Egal. Das Spiel ist nicht für jeden gedacht. Das ist es überhaupt nicht. Es ist etwas, was komplett von den üblichen Rollenspielen sich unterscheidet. Und das ist das, was mir aber auch so gefällt. Denn ich will nicht immer die Welt retten mit den üblichen Elfen, auch wenn mir das auch gefällt. Aber mal was Neues ist einfach toll und dieser Soundtrack ist auch wunderbar. Es ist kreativ, es ist was Neues. Es macht einfach Spaß, hier wieder reinzufüllen. Bei mir ist natürlich auch verdammt viel Nostalgie dabei, weil ich diese 2D-Rollenspiele halt einfach schon immer geliebt habe, immer als Kind schon gespielt habe und ich verdammt viele Erinnerungen an sie habe. Das kann keine objektive Meinung sein. Es gibt keine objektive Meinung bei Rollenspielen. Ich würde nach diesen ersten 2 Stunden sagen, und eine geschränkte Kaufempfehlung für jeden, der kein Problem mit hat, dass ein Spiel primär aus Lesen besteht, Kämpfe ein Sekundärs sind und die Grafik nicht unbedingt das Neueste ist, aber einen eigenen Stil hat, eine gut geschriebene Story, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, und eine kreative Welt aufweist, die man so nicht wirklich gesehen hat bis jetzt. Und sich eben wirklich traut, was Neues zu machen. Ich bereue es nicht, so relativ früh ein Spiel gekauft zu haben und das ist etwas, was in den letzten Jahren echt selten passiert ist, dass ich überhaupt nicht ein Spiel so neu so kurz nach dem Release gekauft habe. Dann die nächste Frage. Jetzt play ich sofort. Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten eine Umfrage dafür erstellen, aber ich weiß, dass ich momentan echt nicht viele Zuschauer habe und wahrscheinlich würde davon einer mitmachen. Ich weiß es nicht, was ich machen soll da gerade. Ich hätte mich jetzt momentan mit Graw, das haben wir praktisch schon komplett aufgenommen, das muss ich nur noch verarbeiten und hochladen, aber das ist halt auch viel Arbeit. Ich habe noch Schicksalsklinge, The Witcher und Dead Space gerade erst angefangen. Das wären dann fünf Projekte und ich lade halt nicht so viel hoch. Und ich fange Ende März meine Bachelorarbeit an. Das wird erst mal wieder etwas entspannter jetzt, bevor ich die Klausurenphase habe, in der ich gerade mittendrin stecke. Ich möchte das eigentlich, wenn es nach mir ging, würde ich gleich weiter aufnehmen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also, ich werde die Umfrage wahrscheinlich einfach starten. Ich mache es einfach. Okay, wir sehen uns dann und ich hoffe, euch gefällt es. Bis dann und tschüss. Ups.